Von Montag bis Freitag stehe ich um halb sieben auf. Ich frühstücke um sieben Uhr. Ich gehe um zwanzig vor acht Uhr in die Schule. Um halb zwölf esse ich zum Mittag. Um drei Uhr gehe ich nach Hause. Ich mache Hausaufgaben um halb vier. Ich spiele um fünf Uhr Basketball. Von halb fünf bis halb sechs mache ich Leichhörter. Um halb acht esse ich zu Abend. Samstag bis Sonntag stehe ich um zehn Uhr auf. Ich frühstücke um zehn nach zehn. Um halb elf mache ich Leichhörter. Um eine Uhr esse ich zum Mittag. Ich spiele von zwei Uhr bis drei Uhr Basketball. Um halb acht esse ich zu Abend. Ich spiele von halb neun bis neun Uhr fern. ? Bis zum nächsten Mal.